Ich habe mich jahrelang vor Sales gedrückt, weil ich gedacht habe, dass ich das einfach gar nicht kann und ich konnte es tatsächlich wirklich nicht. Aber seit kurzem muss ich selber wieder verkaufen und habe mich damit zum ersten Mal so richtig intensiv beschäftigt. Dabei habe ich ein ganz interessantes Modell entdeckt und zwar das Zwiebelmodell zur Einwandbehandlung. Das ist sogar mir erlaubt, Abschlussquoten von über 80 Prozent zu haben. Und genau dieses Zwiebelmodell, das möchte ich heute mal mit dir teilen. Wenn man bedarfsgerecht verkauft, also Interessenten wirklich nur dann ein Angebot macht, wenn man sich 100 Prozent sicher ist, dass man dieser Person weiterhelfen kann, dann ist es natürlich umso frustrierender, wenn man im Prinzip alles gibt in diesem Verkaufsgespräch, eine Strategie aufzeigt, die einfach funktionieren wird und am Ende sagt die Person, ich muss noch eine Nacht drüber schlafen oder ich muss mich dann nochmal mit jemandem absprechen oder wir machen das nächstes Jahr. Ich bin mir ganz sicher, dass wir das zusammen machen, aber gerade ist nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist einfach unfassbar frustrierend, weil du weißt, du kannst der Person helfen, die Person weiß es logisch gesehen eigentlich auch, aber irgendetwas, irgendetwas steht zwischen euch. Und das, was zwischen dir und deinem Interessenten steht oder mir und meinen Interessenten steht, das ist in der Regel einfach nur die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen und am Ende als der Dumme dazustehen, bei dem dann Leute sagen, hast du das gekauft? War doch klar, dass das nichts bringt. Es war so ein saudumes Investment. Also Leute haben einfach extrem Angst vor diesem Statusverlust, wenn etwas nicht funktioniert. Und teilweise natürlich auch vor dem finanziellen Verlust, das ist ein Punkt, den darf man auch nicht beschweigen, aber im Großen und Ganzen geht es darum, einfach als der Dumme dazustehen, der etwas gekauft hat, von dem klar war, dass es nicht funktioniert. Und jetzt ist das Interessante, wenn du in den Bereich der Einwandbehandlung gehst, dann ist es so, also die schönste Metapher, die ich dazu gehört habe, ist die mit dem Pressesprecher und dem Präsidenten. Und zwar der Präsident eines Landes, der US-Präsident meinetwegen, der trifft irgendeine Entscheidung, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und der Pressesprecher, der muss diese Entscheidung verteidigen, der muss sie rechtfertigen, ohne zu wissen, warum der Präsident eigentlich so gehandelt hat. Und bei uns im Gehirn ist es auch so. Es wird eine Entscheidung getroffen, unbewusst, und unser Gehirn macht dann die entsprechenden Geräusche dazu und liefert dann irgendwelche passenden Erklärungen. Gibt es ganz faszinierende Studien dazu, dass es tatsächlich so ist. Und wenn du jetzt mit einem Interessenten redest, der einfach nur Angst hat, eine falsche Entscheidung zu treffen, das ist eigentlich der Grund, der tief im Inneren dahinter steckt. Aber er weiß es selber nicht, weil er hört ja auch nur seinen Pressesprecher, der dann sagt, ja, aber ich muss noch eine Nacht drüber schlafen oder ich treffe nie schnell Entscheidungen oder ich muss mich da nochmal mit meinem Team absprechen. Das sind alles Sachen, die der Pressesprecher einfach vorwirft. Und da gibt es jetzt ein ganz interessantes Modell. Das ist das Zwiebelmodell. Und zwar gibt es Ebenen an Quatsch, den der Pressesprecher erzählt. Und durch diese Ebenen an Quatsch muss man sukzessive durchgehen. Also wie die Schalen an der Zwiebel muss man die einfach abziehen, bis man dann an dem Hauptproblem angelangt ist. Und es ist ganz faszinierend, wie das funktioniert. Es gibt drei Ebenen. Die erste Ebene ist sowas wie, dass da ist schuld. Also immer, wenn man mit dem Finger auf irgendwas zeigen kann und sagt, dass da ist schuld, darum kann ich keine Entscheidung treffen. Dann weißt du, das ist die äußerste Ebene. Sowas wie, dass da ist schuld, das ist beispielsweise, der Zeitpunkt ist gerade nicht richtig. Oder irgendwas an deinem Programm passt mir nicht. Ich möchte das jetzt nicht selber lernen. Oder mir passt irgendein Detail an deinem Service nicht. Also, dass da ist schuld. Das ist die äußerste Ebene. Dazu gibt es vielleicht auch ein ganz interessantes Beispiel. Und zwar, wenn man in so einer, das ist eine ganz interessante Anekdote aus meinem Leben. Und zwar war ich mal mit meiner Freundin im Eigenkleidungsgeschäft und wir haben uns das so ein bisschen umgeschaut. Ich wollte ihr einen Mantel schenken. Und so vom Budget her habe ich gedacht, naja, so Größenordnung 400, 500 Euro, das wäre in Ordnung. Also wirklich ein hochwertiger Mantel, aber teurer soll er nicht sein. Und dann hat uns dieser Verkäufer einen Mantel hingehalten, der hat 2.000 Euro gekostet. Und statt einfach ehrlich zu sagen, nee, das ist mir zu teuer, ich habe eigentlich an ein anderes Budget gedacht, habe ich dann gemeint, ja doch, sieht schon gut aus, aber die Farbe, die passt mir nicht. Nee, ich glaube, das steht ja nicht so gut. Und das war natürlich totaler Quatsch. Ja, aber genau so funktioniert halt unser Gehirn, dass man sagt, das da, das ist schuld. Die Farbe von dem Mantel. Eigentlich passen ganz andere Einwandte. Das ist auf jeden Fall die äußerste Ebene der Einwandbehandlung. Da muss man erstmal durchwarten. Also man muss alle diese Einwände lösen. Dann die nächste Ebene, auf der man sich befindet, das ist dann, der da ist schuld. Die andere Person ist schuld, warum ich keine Entscheidung treffen kann. Zum Beispiel, ich halte aber immer Rücksprache mit meinem Team, bevor ich so eine Entscheidung treffe. Oder sowas spreche ich immer mit meiner Frau durch oder immer mit meinem Mann oder was auch immer. Also immer, wenn andere Personen vorgeschoben werden, dass jemand jetzt eine Entscheidung nicht treffen kann, dann weißt du, du bist in der mittleren Ebene angelangt. Und die fühlt sich auch schon ein bisschen persönlicher an. So, fühlt sich persönlicher an, als zu sagen, ja, diese eine Sache, die passt mir nicht. Sondern, ja, andere Menschen in meinem Leben, die könnten was dagegen haben, darum kann ich keine Entscheidung treffen. Und wenn man dann durch diese, also wenn man diese Zwiebelschale dann auch abgezogen hat, dann kommt man zu der innersten Zwiebelschale. Und zwar, das ist dann, okay, ich bin schuld. Irgendetwas an mir ist nicht gut genug. Ich traue mir nicht zu, dass ich das umsetzen kann. Das wird dann schon sehr, sehr persönlich. Leute gestehen sich das ungerne ein. Und wenn du dann auch diesen Einwand lösen kannst, dann bist du durch alle Ebenen durchgewartet, die dir so einen Pressesprecher, ich nenne den Pressesprecher, einfach so hinwerfen kann. Und dann kommst du wirklich zu dem Kernproblem, warum jemand die Entscheidung nicht treffen möchte. Und was dann wichtig ist, ist, dass du deine Interessenten mit an die Hand nimmst. Wenn du dir sicher bist, du kannst ihnen helfen. Und sie kriegen ihr Investment raus, wenn sie in dich investieren. Oder sie haben wirklich gute Ergebnisse mit dir. Dann ist es ja sogar deine Pflicht, dass du sie dann unterstützt, diese Entscheidung zu treffen. Weil sie hat was davon, du hast was davon. Jeder gewinnt ja von dieser Situation. Wenn es jetzt dann darum geht, dass du Leuten am Ende zu einer Entscheidung verhilfst, dann funktioniert das für mich zumindest besonders gut, wenn ich da Schritt für Schritt so vorgehe. Also, dass ich etwas sage in der Richtung wie, wenn es dir so geht wie mir in so einer Situation, dann hast du jetzt möglicherweise einfach Angst, deine schlechte Entscheidung zu treffen. Klingt das in etwa richtig? Und in der Regel, wenn du dann diese Zwiebelschalen, die anderen Zwiebelschalen abgezogen hast, dann kommt da ein Ja. Und dann kannst du das Nächste fragen, hast du denn ein Modell dafür, die du gute Entscheidungen treffen kannst? In der Regel kommt da ein Nein. Wer hat schon so ein Modell dafür? Dann kannst du sagen, okay, ich habe da so einen Schritt für Schritt Plan, den können wir einfach mal gemeinsam durchgehen. Soll ich dir den vorstellen? Hier kommt dann in der Regel wieder ein Ja. Und dann geht es los mit, erstens, löst das Produkt dein Problem, so wie du es gerne gelöst haben möchtest? Ja oder Nein? Frage zwei ist dann, möchtest du mit uns arbeiten? Ja oder Nein? Und Frage drei ist dann, hast du das Geld in uns zu investieren? Ja oder Nein? Und wenn du alles davor in der Einwandbehandlung, in diesem Zwiebelmodell richtig gemacht hast, wenn du wirklich am Kern angelangt bist, dann sagen Leute in der Regel dreimal Ja. Und was du dann an der Stelle machen kannst, ist, dass du sagst, hey, super, wir haben gerade gemeinsam eine Entscheidung getroffen. Und das funktioniert überraschend gut. Also wenn du davor wirklich alle diese Einwände gelöst hast, dass du dann gemeinsam mit den Leuten eine Entscheidung triffst. Und wenn du Einwandbehandlung nach diesem Muster aufziehst, dann dürfte deine Closing-Rate signifikant steigen. Bei mir war es auf jeden Fall so. Worauf wir jetzt in diesem Video nicht eingegangen sind, ist, wie man jetzt konkret Einwände löst, wie ja, aber ich habe jetzt keine Zeit oder ja, ich muss mal eine Nacht drüber schlafen. Ich habe den Eindruck, das wäre auch ein bisschen zu detailliert für dieses Video. Aber hey, falls das dich interessiert, schreib einfach mal kurz in die Kommentare, dann kann ich dazu gerne auch ein detaillierteres Video machen.